Ich sollte jetzt noch ein paar Spikes bauen, damit die, wenn wir hier wieder diese blöden schwachen Maten bekommen, damit die wenigstens dagegen laufen. Oh, du machst das so. Das ist auch ganz gut. Ja, dann kommst du gar nicht erst an die Mauer ran. Wir können zwar immer noch hinten rumschwimmen, aber... Ach, ich brauch Kernholz dafür, oder was? Da haben wir entweder auf dem Schiff oder in der Kiste. Da halten wir ein bisschen Kernholz. Ja, hab ich ein bisschen was da. Das ist ja hier eigentlich schon fast alles. Ja, das ist okay. Letzten Endes, ähm, bümmen tun sie so oder so. Nee, nee, ich weiß nicht, die gute Technik wäre... Ähm, pass auf. Ich mach das mal, oder ich teste das mal. Wir machen mal hier diesen hier. Hier machen wir es am besten. Ein Graben, äh, oder ein Loch, ja. Ja, dann ziehen wir sie da rein. Und dann kommen sie nicht mehr raus. Und dann können wir sie beschießen. Aber du selber kommst auch nicht raus. Nö, aber jetzt kann ich... Ich kann mir hier diesen hier machen. Pass auf. Ah, ich hab gar kein Holz. Äh, hier so eine... Äh, kannst du aber ganz so eine Werkbank setzen? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oder hast du... Ja, ich hab kurz geguckt, ob ich überhaupt Holz dabei hab. Nicht? Hab ich dabei, aber ich kann grad keine sitzen. Ja, ich hab zu wenig Holz dabei. Oh, dieses Bauen-Abbrechen. Ich kann mich nicht dran gewöhnen, die Waffe... Also, den Hammer dann wegzulegen. Ah, hier ist dann noch genug Holz. Decks testet wenigstens das Loch. Das klappt. Hast du gebaut? No. Okay. So. Raus. Abweißen. Ab. Nochmal. Jetzt abweißen. So. Jetzt ziehen wir sie einfach dann da rein, dann können wir sie platt machen. Fertig. Ja. Klingt nach einem Plan. Wir werden die... Wir werden platt gemacht von denen. Wieder da. Willkommen weg. Decks, wie findest du die Axt? Willst du mal gucken, wie das aussieht? Wenn ich, wenn ich das Ding schwinge. Da bist du auch. Kannst du aber einfach machen. Ich sehe es ins Spiel. Hier. Der hält die zwar, wenn er läuft, so ganz bescheuert an einer Hand, aber ist okay. Ich fände das schöner, wenn er auch beim Laufen zwei Hände hätte. Aber guck mal, jetzt wieder zuhaut. Ich habe mal rund um das Loch ein bisschen das Gras weggemacht, dass man da in die Ausweisung reinhüpft. Ja. Na, das sieht eigentlich ganz so ein bisschen aus. Bei mir wäre es der Eisen-Ager. Na, kein Kernholz mehr. Na gut, dann... Brauchst du Kernholz? Ja. Ja, ich mache ein paar Spikes, weil hier kommen ja die ganze, dann dauernd diese blöden Kobolde. Also, Gnome, wir haben jetzt noch 33 Eisen. Ja, mache ich dann, wenn ich, wenn ich soweit bin, gucke ich mal rein. Sonst macht ihr erstmal was, wenn du gerade weißt, was du haben möchtest. Nö, ich, 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 ich bleib bei, bei meinem anderen Zeug. Ich gräte mir meinen Koffer ab. Oh. Oh, hier ist ein, ein Sumpfling. Zwei Sumpflinge. Wenn sie noch hier, wenn sie angreifen, guck mal hier, wir testen mal. Ja, ich gucke gerade. Ich weiß nicht, ob sie jetzt aggressiv werden, ob nicht, gerade. Oh ja, jetzt, au. Ich habe es gar nicht gehört, dass ich es gemacht habe. Ich könnte hier mal... Einer ist Bogenschütze. Also, ich frage, die spawnt der Boss eigentlich irgendwann? Wie, der spawnt? Nein, die spawnt. Wenn wir ihn jetzt auf Spaß beschwören würden, um zu gucken, wie der aussieht, würde er dann irgendwann die spawnen. Vermutlich nicht gerade. Keine Ausdauer. Ach stimmt, das wollte ich mal. Ich denke, ich bin mal hinter den. Ah, da ist noch einer. Komm her. Wollte gerade sagen, den einen zu verdreschen ist jetzt die eine Thematik. Jetzt müssen wir hier noch... Wenn er einmal ausweicht, dann habe ich keine Ausdauer mehr. Ja, haben wir beide drauf rumgehackt. So, wo ist der nächste? Das waren's. War noch mehr. Ich habe jetzt nur zwei gehabt hier. Oh, drei. Ne, zwei. Zwei waren's. Ursprünglich... Ja, ich weiß nicht, ob die mitgekommen sind. Gesehen hatte ich zwei. Dann ist der wohl da geblieben. Auch okay. Man muss mir nur Zeit lassen. Dann kommt das auch, wann Dex irgendwann an. Was ich tun soll. Weil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Was kommt denn da für ein Geräusch, dass der Baumstamm umfällt? Der steht doch da wie einer 1 noch. Oh, wir kriegen gerade Besuch. Gnom. Von was? Von der Gastfamilie dünnen Leuten. Sie kommen. Wieso gibt es da nichts zu essen, wo die herkommen? Bestimmt nicht. Pass auf, ich bin jetzt mal... Ich komme mal her. Komm mal her. Hier bin ich. Hier, komm mal her. Ja, wir testen das jetzt mal. Rechts von uns sind zwei Blubs, ne? Ja, wir ziehen die... Ah, die nicht. Das ist nicht gut. Wir haben nur kein Dingszeug, oder? Haben wir Gifts? Nee, nee, haben wir nicht. Anti-Gift-Zeugs? Ich habe keins mitgenommen. Wir haben wir in der Base noch. Also, zu Hause. Also, ich ziehe die erstmal hier ins Loch. Natürlich laufen die dann vorbei. Ja, Achtung. Gift-Blub. Au. Jetzt bin ich in den Spikes gelaufen. Idiot. Ich finde es aber gut, dass du auch selber davon Schaden bekommst. Ich finde es immer so unungeschwendet, wenn du Pfeil aufstellst, äh, äh, solche Typen, dass du halt da keinen Schaden bekommen soll. Kein Ausdruck mehr. Kein Ausdruck mehr. Achtung, Blub. Ja, ja, ich sehe es. Du hast dich auf Treffen, du blödes Blub-Ding. Nein, er hat mich getroffen, dieses blöde Gift. Na. Ich habe keine Ausdauer. Die Achse ist aber echt ausdauerlastig, ey. Einschlag, du hast null Ausdauer. Ja, so geht es mit der L-Gear auch. Ich brauche es halt. 16, 12, 8, 7, 4, dort. Der war ganz knapp vor der Tür. Ja, das ist lustig. Lustig ist, ich hatte 60 Leben. Von 60 Leben ist das runtergetickt. Hm. Mann. So, jetzt, der Skelett habe ich weg. Jetzt scheint es nur noch der eine Blub hier zu sein. Bring mich nicht an. Fünd dich an, du. Jetzt kommen wir hier rein. Warum ist es hier so dunkel bei uns? Weil ich gerade kein Lichter habe. Oh, hier, die Kiste. Das ist die neue. Sieht man gerade so, im Dunkeln. Warte, ich mache dir mal Lichter. Ich mache dir mal Lichter an. Mach es mir mal. Ja, ich mache es dir mal. Mach es mir mal richtig. Aber richtig Licht an. Nee. Oh ja, das update ja. Der Werkwagen ist auch cool. Warum gut zieht. Was gibt es denn? Okay, warum hast du noch Rüstpanzer? Ja, Rüstpanzer hatte ich ja sowieso noch nicht gebaut. Na, wäre nicht schlecht. Ja, so ist die Base doch was netter, Mann. Warte, ich muss das noch ein bisschen. Dex, ich kann es noch ein bisschen netter machen. Dann passt das mehr für dich. Ich höre sie schon wieder kichern. Die ist ganz schön groß geworden, oder? Dex? Mhm, ist gut. So, hier Dex. Dex war für dich. Musst du auch was rein tun? Ja, clever. Aber grün. Nee. 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 Dex, bist du krank? Ich glaube, Dex ist krank. Er hat so ein grünes Licht, grün, nee gesagt. Nee, grünes Licht will ich nicht. Ich bleib bei meinem schönen, sanften, gelb-orangen Licht. Er hat, er hat nie gesagt. Wir müssen kämpfen hier erst darum. Kommen wir lieber rüber. Es sind fünf Kombolde, glaube ich. Wo sind sie? Also, drei sind schon nach vorne. Hey, da sind meine Lampen! Ich glaube, du. Warum fallen die eigentlich nicht mehr da rein? Kommt mal die nicht damals reinziehen? Bestimmt. So, mindestens einer ist hier noch hinter. Also, nicht, dass ich wüsste, das ist besser so. Oh, nein! Oh, ist mir tot. Killermücke. Oh, nein! Ja, ich komme gleich rüber. Nein! Die habe ich aber eingegeben. Und bin tot. Ich habe ihn verbrannt. Aber die kam gerade vorbei, als ich ausgeholt habe mit der Axt. Die hat's. Wäre das ein Baseballschläger gewesen, hätte ich einen Homerun gemacht. Mann. Okay, die Jungs machen ja gerade die Palisaden kaputt. Ja, das ist das Problem. Ja, ich bin auch gleich drüben. Und wieder hier. Ach ja, beim Grave ist es immer schön. Und der Hinterausgang ist nicht gut. Mist. Oh, schnell was essen. Momf. Momf. Nein, nicht hier rumkommen. Okay, ich bin tot. Okay. Die Raiden gerade unsere Base down. Ja. Und sind jetzt gerade am Schiff. Wir wollen gerade das Schiff zerlegen. Ja, ich gehe gerade drüber. Nein, das Schiff. Ja, das Schiff geht, geht, geht ratz-fatz kaputt. Nein. Wir sind dann drüber, Potten. Ist kaputt. Ja? Ich glaube ja, oder? Ne, noch nicht. Oder? Doch, genau in just this moment. Und ich bin tot. Ein Speer. Mann. Haben die irgendeinen Buff im Dunkeln oder bilde ich mir das ein? Ich komme raus, sehe das Schiff sinken und sehe nur, wie ein Speer in meine Fresse fliegt. Und tot. Das Schiff, können wir ja wieder neu reparieren. Ja, komm, komm. Aber die müssen den ganzen Sachen jetzt, den ganzen Kack jetzt da irgendwie an Land bringen. Ja. Aber ich habe gerade grad vollgefuttert. Gerade war ich auf Full Food. Kommen wir an und dann... Ja. Aber die sind raus aus der Base. Warum auch immer. Sind sie wieder raus? Ja. Nee, einer nicht. Der mache ich jetzt platt. Der geht mir auf den Sack jetzt hier. Komm her, du Arsch. Komm her. Komm her. Komm her. Hallo? Oder will er dazu? Zum Besuch. Der ist gerade unter der... Oh, der kommt gerade zu mir. Achtung. Du musst auch treffen. Ja, ich kann nicht. Ich bin noch nicht eingerüstet. Ich habe kaum Leben. Ja doch, ich habe jetzt Leben. Alter Schwede, ich habe 150 oder 110 oder so das Leben gehabt. Ich habe jetzt nur die... Unter die Hälfte. Aber jetzt... Pass ich dich. Ups. Die Axt ist ziemlich langsam. Ja. Das heißt, wo sie hintrifft, da wächst kein Gras mehr. Aber bis es soweit ist... Du bist viel zu schnell. Wenn die schwimmen, kann man sie schön kaputthacken. Ach, da ist noch einer. Achtung. Ja, ich... Komm mal im Wasser. Wenn du einmal im Wasser gleitest, dann bist du tot. Mann, ey. So viel Essen und alles verschwenden. Dieses Blü... Oh. Das Gebiet ist zu stark für uns. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen... Wir könnten dort... ...nebenan auf das Holz, auf das... Ach, Mann, das... Auweh, auweh. Das ist ein Abbaubar, weil ich es richtig verstanden habe. Auf das... Auf das... In den Sumpf davon auf den... Auf den Baum könnten wir... Nein, die Eben sind echt extrem. Die Eben sind extrem. Jetzt... Es ist zwar schöner und heller als... Äh... Ja, ist noch einer im Leben. Ja, ich schieße es gleich mit drauf. So, jetzt... Jetzt habe ich wieder ausgeruert. Warte, 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 warte. Jetzt... Warte, ich lege den Lassenladen mal auf. Ich versuche gerade wegzulaufen. Ähm... Jetzt... Weil wenn ich... Wenn ich den Spezialangriff gemacht habe, dann sind die betäubt und... Ja, okay. So, dann sammeln wir mal unseren Scheiß wieder ein. Da kommt ein Neuer. Ich habe einen gerade wieder lachen hören. Was? Da kommt ein Neuer, Fuzzi. Neuer, Fuzzi. Ne, dann sammle ich noch nichts ein. Ich habe gerade gehört. Jetzt war ich ja draußen irgendwo. Da kommt... Da kommt eins, zwei... Drei... Und da kommt eine Mücke auch noch. Die kommt gerade schnurstracks auf mich zu. Jetzt ist Nacht. Wir sollten mal aufs Gebiet raus und kurz schlafen gehen. Nachts ist das Gebiet echt. Es wird der Swant ja mehr. Äh, die Mücke ist bei uns. Ja. Ja, Portal, Rapp, auspennen gehen. Ja, dann... So lange nix, die spawnt gerne. Lass mich rein. Das Portal. Wieso kann ich nicht in das Portal? Hast du irgendwas mit? Eisen schon. Oh ja. Bitte, mach das Portal auf. Nein, was habe ich denn jetzt überhaupt dabei? Hä? Was habe ich denn dabei? Ach ja, auch noch. Lass mich rein. Ich bin hier weg. Okay, Tag ist... Äh, Nacht ist rum. Ja, 116 sind wir übrigens. Oh Gott. So, hat es ja erledigt mit der Nacht jetzt? Oh mein Gott. Oh Gott. Ich habe mich voll verschluckt gerade. Hat man den Z gemerkt. Ja, wir sind... Ich glaube, das Gebiet war da auch nicht ganz gut. Das wieder... Wir müssen, glaube ich, das Haus kann doch stehen bleiben. Alles. Aber ich muss das Portal... Wir machen, glaube ich, woanders was. Ach nö, das können wir doch stehen lassen. Das ist doch wo... Das ist doch wo... Wir sind ja eigentlich nur hier, um anzukommen, weiterzugehen. Wir sind einfach gerade viel zu lange diesen... Abschnitt gefangen. Morgen. Ja. Dann sammeln wir jetzt das Boot auf. Bauen ein neues Boot hier hin. Bisschen weiter auf dem Meer. Ach, warte mich. Das war doch hier das Zeug, was Dexen weggeworben hat vorhin. So. Na dann. Oh, ich trage zu viel. Für das bisschen. Oh mein Gott. Was? Ach, ich habe zu viel Einzelscheiß im Inventar. Ich muss erst mal in der Kiste irgendwo abladen. Dexen nicht sterben, bitte. Warte, ich stelle draußen eine Kiste hin. Ja, mach das bitte. Oh, ich habe keine Stimme mehr. Ich habe mich kurz verschluckt und kenne keine Stimme mehr. Ja, das ist dringend. Ganz dringend. Wie das Portal wieder angeht, sobald du dir das Zeug wegschmeißt, was du nicht mitnehmen darfst. Zack, ist das Portal wieder an. Da, 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 da. Kommst du dran genug? Ja. Verdammt, Herr. Wenn es noch ein Stück schneller geworden ist, dass man den Grund besser sehen kann, dann stimme ich nochmal eine Runde. Ja, ich komme jetzt auch nochmal rüber. Ich habe schon einigen Graben rübergebracht in die andere Base, weil die Kisten ein bisschen leerer sind. Normalerweise müssen Nägel, glaube ich, noch da liegen. Eventuell. Keine Ahnung, ich habe es nicht im Inventar. Ja, ich habe Nägel. Ich habe es gerade gesehen. Eisennägel, 100 Stück. Mal gucken, ob du alles vielleicht zusammen hast. Ja. Also ich würde sagen, bevor du es gleich baust, lass mich noch einmal durchtauchen. Oder stort noch einmal durch. Ich würde noch ein paar Sachen mal ein bisschen stacken, weil wir haben ziemlich viel durcheinander gemacht. Nee, ich sehe nichts. Oh. Yay. Und wieder ein Spiel geschwimmt. Das ist wirklich nichts mehr. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie lange die brauchen, um wirklich eine Palisade einzureißen. Nicht allzu lange. Die eine Palisade, die ich repariert habe, hatte noch ein Viertel Leben. Aber was mir aufgefallen ist, die können nur angreifen, wenn sie stehen. Heißt, wenn wir davor alles so tief runter machen, dass sie schwimmen müssen. Aber da kommen sie halt noch eher rum, weil sie eh schon schwimmen. Kannst du einmal komplett rumziehen. Ich mache jetzt gerade ein paar Spikes noch, die ich nicht machen konnte wegen dem Ebenholz. Nicht, dass du jetzt das Holz verballerst, was wir für das Schiff brauchen. Oh, ne, ne, alles gut. Oh, die Killermücke, ey, Mann. Ja, die geht halt leider nicht weg. Aber sie ist gerade gestorben an unseren Spikes. Na dann, gut, dass es die Spikes gibt. Also, wofür brauchen wir das Holz? Achso, für das Schiff, meinst du? Ja, nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Okay. Wir brauchen Edelholz und diese uralte Rinde. Aber interessant. Diese blöde Mücke ist nämlich gerade voll in meine Spikes reingeflogen. Platsch hat es gemacht, Dreck. Ja, du brauchst ja nur einen Pfeil, da sind sie tot. Naja, ein Schaden. Oh, Mann, ey. Und da kommt die nächste. Oh, ja. Oh, ja, ich verteidige mich mit meinen Spikes. Ha, ich habe die Spikes vor dir gebaut. Ich habe den Spike genau vor die Nase gebaut und zack, ist sie da rein. Oh, Mann. Das geht mit den Blobs nicht. Ne, die springen drüber, ne? Ja, ja. Oh, das ist ein Zweist. Nein, die sind zu stark. Ich weiß nicht, was ich gegen die machen kann. Aber die Pfeile helfen bei mir nicht, weil ich mache nur 14 Schaden. Treffen tue ich auch nicht. Es geht ja bei weitem nur einen Bogen, also von daher. Ah, ne, ich habe richtig viel Schaden gerade gemacht. Ich habe, glaube ich, eben nicht getroffen. Ja, doch. Zwei Schüsse sind sie weg. Gegen was schießt du jetzt? Mücken? Die Glub schießt hier. Die springenden, hüpfenden Giftinger. Die Blobs, ja. Feuerpfeil 3. Gerade in der Nacht sinnvoll, damit man sieht, wo die Viecher rumgeistern. Ich mache jetzt, ich will das Loch nochmal versuchen. Das Loch klappt nämlich. Ich weiß, dass das geht. Ah, jetzt verschwinde doch, du blödes Vieh. Nein. Okay. Ein Blob ist weggeploppt. Wir müssen uns hier irgendwie was bauen. Wo ist das, wo ist das Rammelding hier? Rot ist weg. Fahr das ruhig mal ein bisschen aus dem Meer. Ja, gleich. Ich will es kurz schon mal beladen mit dem Eisen. Ja, mach das. Oh, der Wellengang hier ist aber auch ordentlich. Können wir da hochlaufen? Nee, wo man hier hochlaufen? So. Okay, haben wir das erstmal grundsätzlich hier wieder ein bisschen besser. Könnte man machen. Ich versuch's mal so. Vielleicht klappt das ja. Ist gerade irgendwie Flut oder so? Weil die Wellen so hoch sind, ne? Ja. Kein Kernhauts mehr. Sonne scheint, du müsst dein Twitch-Konto mit Amazon verbinden, sonst geht das nämlich nicht. Genau. Mit Amazon Prime. Amazon Prime, genau. Wenn du das zusammen verbindest, dann kannst du jeden Monat ein Abo verschenken. Ein Flums-Klo, genau. So würde ich das machen. Wir sollen da rein Flums-Klonen. Und dann kann man sie dann, sollte man sie dann bearbeiten können. Ich weiß, dass das geht, aber irgendwie hat das... Hier, komm, ich versuche das mal mit dem Klaus hier. Komm mal her. Na, du kommst ja auch mit. Oh, komm, da kommen ganz viele wieder. Oh, wir kriegen den ganzen Befehl, kriegen wir Besuch gerade. Bin gleich da. Ja, ich versuch mal was. Einer haut sich so schon ab, aber liegt der hier. Komm mal mit. Komm mal mit. Dünner Mann. Der läuft echt daran vorbei. Die können nicht runterfallen. Konnten die das nicht noch mal... Wird das geendet? Guck mal, der läuft immer noch halt vorbei. Ich weiß nicht, dass es für jemals ginge, sagen wir so. Na klar. Man konnte die ganzen Trolle auch alle reinziehen und reinrennen lassen. Oder geht das vielleicht nur bei den Trollen? Boah. Bitch. Okay. Dann eben nicht. Nur Trolle. Ah, okay. Gut, dann habe ich das Loch umsonst gegraben. Ich glaube, das Loch ist da nicht so gut, wenn ich dann ohne... Dann mache ich da lieber... Dann mache ich da lieber noch eine Treppe hier rein. Eine Treppe hier rein, damit wir auch wieder rauskommen. Nicht, dass da jemand von uns reinfällt. Jetzt sollte das auf beiden Seiten bis an die Spikes ran ein Schwimmen notwendig sein. Geh mir das Holz hier oben. Na okay, hier ist kein Schwimmen notwendig. Was ist, wenn ich da reinspringe? Springen die Gegner einem hinterher? Keine Ahnung. Du meinst, dass du dann lieber ins Loch gehst, damit sie dich nicht verfolgen können? Nee, dass die dann... Oder so. Oder die springen alle mit rein und dann haben wir jetzt ein Loch hier. Ja, mit dir zusammen. Mit mir zusammen. Ich müsste dann nur versuchen, dann schnell wieder... So schnellstmöglich wieder rauszukommen. Wir versuchen uns hier so ein bisschen zu verteidigen. Ich baue so einen kleinen Steg jetzt hier nur noch. Ich bin von der einen Seite, ich bin von der anderen Seite hier. Nee, ich bin gleich einmal rund mit... Das so machen, dass die schwimmen müssen bis an den Zaun ran. Wir brauchen... Ich mache das mal ganz kurz. Du hast ja diesen tollen Steg gebaut hier. Nicht Steg, diese kleine... Wie heißt das? Wie nehmanns? Weiß nicht. Den Wachgang da. An der Mauer meinst du? Der Wachgang. Das ist ganz gut. Das ist auch richtig irgendwie. Dass man irgendwie runterschießen kann halt, ne? Ja, ja. Ich sehe doch, dass du richtig snappst. Einmal snappt er richtig? Nicht. Und der Wachgang jetzt hier voll die Kampfphase wird hier gebaut. Ja, also ich muss zumindest zu verteidigen sein, ne? Ja. Aber so. So, aber ich glaube... Na, da nochmal. Passt. Hey. Oh, hallo. Hallo. Darf man da nicht mehr rein? Ich dachte, ich mache mal hier was, um so ein bisschen die... Abzuhalten. Ich hasse mich, ich hasse es hier in dem Spiel hier zu fressen. Ich bin ja nur am Fressen die ganze Zeit. Hier an Essen. Hast du Kernholz? Rein zufällig? Nope. Ich bin ja nur am Fressen.